Musik Während eures Aufenthalts habt ihr Arbeitsdienst zu leisten. Jawohl! Hey, der Blonde da im Tour, der ist nicht mal schlecht. Ziemlich gut sogar. Überlassen Sie mir ein paar Tage. Traut, Mann! Du spielst Fußball und du bleibst schön still. Stumm. Okay, und schreibt mal, das ist Burt aus Bradford. Wir probieren ihn heute mal im Tour aus. Das ist mit Burt aus Bradford's Hals. Er hat da oben eine Kriegsverletzung. Der Arme kann kaum sprechen. Du bist völlig verrückt. Das ist ein verdammter Deutscher. Der Junge kann uns vor dem Abstieg bewahren. Hier geht's nicht um Fußball, Dad. Er ist ein verfluchter Nazi. Er hat wie alle seine Ham zum Gruß gehoben und Heil Hitler geschrien. Aber wahrscheinlich hättest du deinen auch gehoben, um die Mannschaft vor dem Abstieg zu bewahren. Ich bin doch kein Monster. Denkst du, du spielst ein bisschen Fußball und alles ist vergeben und vergessen? Statt zum Tanzen zu gehen, mussten wir unsere Abende im Luftschutzkeller verbreinern. Ich hätte lieber mit dir getanzt, als auf dem Schlachtfeld zu stehen. Fußball ist auch eine Art von Tanz. Ganz sicher nicht. Es ist absolut barbarisch. Weißt du heute, Trampsen? Er will mich für ein Probespiel sehen bei Man City. Ihnen wurden mehrere Orden verliehen, unter anderem das Eiserne Kreuz. Du hast das Eiserne Kreuz. Das bedeutet nichts. Wie soll das mit uns sonst funktionieren? Du musst mir vertrauen. Ich habe Burt als Menschen kennengelernt, als Mann. Würdet ihr ihn als Menschen sehen und nicht nur als Deutschen, dann könntet ihr erkennen, wie sehr er sich bemüht, die Vergangenheit zu bewältigen. Spielen Sie für die Menschen, die Sie aufgenommen haben. Spielen Sie für Ihren Sohn. Und geben Sie etwas zurück.